Kann ich den vielleicht irgendwie dazu beordern, hierher zu kommen? Okay, ich weiß nicht, wo... Ja, gut. Jetzt lasse ich jetzt mal so stehen. Fuck, wie komme ich denn hier raus? Das kann doch nicht sein, oder? Gibt es hier keine Leiter, irgendwas? Offenbar nicht. Ich glaube, ich muss einfach zu dem anderen... Komm, ich nehme mal hier so ein Ding. Zum Feuerbrand schreien. Und gehe dann einfach, wenn ich wieder zurückgehe, zum anderen Feuer hin. Ich habe doch hier... Genau, guck mal hier. Zuerst mal... Verstärken. Zum einen dies hier. Zum anderen das hier. Ah, das kommt auch noch. Uh, Titanbrücken. Oh, das könnte sogar... ...un ordentlichen Satz... ...Schaden geben. Das Katana. Könnte sogar stärker sein. Es gibt nichts, was... Naja, ich könnte nur Vergiftung drauf machen, aber... ...ich glaube, das würde nicht viel bringen. Das würde den Schaden zu sehr... Sag es nicht. Ich warne dich. Sag es einfach nicht. Dann geht's zurück. Da kommen wir nicht weiter. Dann muss ich wohl hier hin. Mitten rein. Okay, hier... Keine Ahnung, warum da zu ist. Ich probiere mal die... ...die Waffe hier aus. 50%. 50%. Lauf, 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 lauf. Hä? Was ist... Was sind das jetzt... Was sind das hier für... Hallo? Ey, ey. Die erste scheint noch stärker zu sein. Die erste Waffe. Hier noch 218. Reine Angriffskraft ist besser. Aber da hat das hier besser mit Geschicklichkeit skaliert und das besser mit Stärke. Aber das hier nur halt noch den... Also vom reinen Schaden her würde ich sagen, das Ninja ist Dingsbums, ist... Ne? Besser. Wunderschön. Dieser Bastard. Dieser verdammte Knilch. Oh nein. Oh. Ich weiß nicht, von wo er kommt. Tja. Ist ihr auch egal. Der hatte... Der hatte nur Schiss, weil ich ihn nicht umgebracht hab. Da unten. Komm, ich mach jetzt den Boss. Was soll es? Viel Boss ist hier aber nicht. Ach. Oh mein Gott. Oh nein. Ich erinnere mich wieder, welcher Boss das war. Ach. Was? Was? Okay. Okay. Äh? Bitte sehr. Ich sag dazu nichts. Jetzt geht's los. Ich mag diesen Boss nicht. Ich weiß nicht, warum. Mein Boss ist es nicht. Ja. Das ist der Boss-Fight. Da sieht man... Da sieht man schon... Hier. Die Hand. So, da gibt's hier eine ganz spezielle Taktik. Fuck. Wollnir. Der ist... Das ist aber kein Asche-First. Das war hier. Der hat diese Dinger im Arm. Und zwar... Ja, hat man ja gesehen, muss man die einfach nur zerstören. Komm schon. Fuck. Komm schon. Es ist eigentlich relativ einfach. Manchmal macht er halt so komische Moves wie jetzt zum Beispiel. Dass er ein Stück nach oben kommt. Und hat nämlich hier nur begrenzt. Platz. The fuck? Oh nein. Was ist das jetzt? Hä? Hä? Das wäre nicht so spektakul... Oh Gott. Was ist das hier? Hä? Ich kriege heute keinen Schaden. Mach sie platt. Mach sie platt. Ja. Hä? Hä? Der krieg... Äh... Ja, schön. Schön, dass ich den nicht angreifen kann. Okay. Oh, fuck. Da kam eine Faust ins Bild geflogen. Jetzt langsam muss ich mich beeilen. Komm schon. Ich habe hier keinen Platz mehr. Ach, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay. 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 Nein. Hä? Wo ist sein... Seine hässliche Hand? Komm, wer mit deiner... Mit deiner Schrumpelhand. Ist das ein Ernst? Ach, komm schon. Ich will nicht seine Hand treffen. Ich will das Ding treffen. Ja. Er rutscht zurück in die Dunkelheit. Da, wo er herkommt. Hochfürst Wollnir Errungenschaft freigeschaltet. Das ist... Untertitelung des ZDF, 2020 Nice Lassen wir hier wieder alles upfüllen Kannst du den Kelch mitnehmen und verkaufen? Schwarzmarkt oder so? Das ist ja schier Bosskelch Von dem guten Wollnir Ich würde so langsam gerne Aus diesen Katakomben raus Eritre Oh, guck mal Guck mal hier Was will man mehr? Guck mal hier vor allem Diese Brücke ist verdächtig lange Bringe eine Puppe, um passieren zu Ah, Moment mal Ich hab doch ne Bestimmt Ich hab ne Puppe bekommen The fuck Was zur Hölle Hallo Ich kann Ich kann nichts machen Au Alter 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 Hauf mit der Scheiße Du bist tot Du bist tot Du bist tot Stirb Stirb Alter Also es hat grad Als es aufgebaut hat Es hat 800 Schaden gemacht Also 100 Ich hatte 160 Irgendwas Und dann der nächste Schlag Waren 800 Wie sieht's denn hier aus? Vielleicht sollte ich Geschicklichkeit Da mal ein bisschen Weiter hoch machen Ich darf durch Nice Danke sehr Was ist das? Hallo Ist ja mal gut Irgendwann Alles klar Nein 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 Ich will nur gucken Was so Wie schnell sich das aufbaut Okay Das machen wir Gleich Sofort Nochmal Was sind das für Komische Gegner? Ich glaube Das mit dem Blut Lohnt sich nur Für große Gegner Oder für langsame Gegner Eher gesagt Ich glaube Langsame Gegner Ist gut Jetzt weiß ich zumindest Worauf ich mich einlasse Fuck you Komm 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 Ey Backstab funktioniert Im Jedem Jedem Ich glaube Der ist nicht so schnell Oh Gott Ich habe es nur gehört Ich habe es nur gehört Nehmen Der ist ein bisschen schneller Ja Der hat einhändig Der ist voll Voll dabei Tja Nicht mit mir Vielleicht kann ich das hier mal bei dem probieren Dass ich mal wirklich sehe Wie viele Wie viele Der so aufbaut Oh ganze 471 Stunden Das ist doch schon mal was Oh Große Scherben nehme ich gerne Ich meine Ich brauche die ja zum Upgraden daher Passt das ja ganz gut Oh Ich dachte schon Was ist das hier? Hexerei? Das sind so komische Viecher Ich hätte gerne eine Waffe Die Bluteneffekt hat Der aber nicht so hoch ist Äh Der Ach Der nicht so niedrig ist Als Also höher als 30 Ich weiß ja nicht was das bedeutet 30 Der Wert sagt mir ja nichts 30 Schläge Aber kann ja auch nie sein Alter Ja Ah Dauert auf jeden Fall ziemlich lange. Hat aber eine sehr hohe Reichweite, das Teil. Was? Oh. Hallo. Kannst du noch übertreiben. Ich glaube, da gehe ich mal zuerst hin. Ich glaube, der verdient einen Extrabesuch. Nice. Okay, ich habe... Ich habe einen schnellen und einen nicht so schnellen. Alter! Alter, Alter, Alter. Nein, das ist falsch. Ja! Stechen ab, die Sau! So gehört sich's das. So gehört sich's das. Zu dir komme ich auch noch, Fräulein. Oh Gott! Voll in die Kugeln rein. Und weg ist er. Hä? Okay. Oh, ein Tülle. Kann ich da durch? Nee. Das sieht nicht so aus. Hier auch nicht, oder? Nee. Ist wahrscheinlich eine Abkürzung von der anderen Seite. Hallo, Geister! Ich gehe jetzt mal hier. Sieht freundlicher aus. Hä? Hä? Geht weg. Hä? Hä? Geht weg. Unsichtbaren Wänden ist, ich werde garantiert Nicht jede Wand anhauen Ein paar, ja, aber nicht alle Das würde einfach zu viel Zeit fressen Und ein bisschen zu Sein Hallo Setz auf mir Fuck Was habe ich ihm getan Kann ich den Backstab? Oh mein Gott Ich will ihn Backstab So wie er da steht, geht das nicht Na gut Wenn ich will, der hat schon Oder wie Willst du mal den Kopf woanders hinstecken? Na Komm Zauber, wenn du dich traust Tu es Pfeil liegt da ein bisschen komisch auf der Hand Muss ich sagen Hä? Warum? Er hat nicht geschossen Fuck you Tu es Blitzender Edelstein Ich tippe mal Das hat was mit Ja Blitz zu tun Okay Das hier sieht Das sieht arg verdächtig aus Natürlich Natürlich Wie komme ich denn da hoch? Ah, von da oben Da oben ist ein Fockdingsbums Ein Nebeltor Achso, das ist hier Hä? Jetzt bin ich wieder hier Warte mal Geht alles nicht Das sind alles Shortcuts Wenn das Also oftmals ist es so Wenn es sich von dieser Seite nicht öffnen lässt Ist es meistens ein Shortcut Dann Die 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 Die